In diesem Video möchte ich dir eine neue Funktion für Contao 4.9 vorstellen und zwar geht es um den Range Slider, einem weiteren Formularfeld für den Formulargenerator. Wie du hier siehst, generiert der Formulargenerator dann einen Slider, den ich auf einen bestimmten Mini-Wahlwert und einen Maximalwert einstellen kann und ich kann dann diese Werte ganz bequem per Slider-Effekt auswählen. Wie sieht das Ganze jetzt im Backend aus? Zunächst einmal können wir ganz einfach ein neues Feld vom Typ Range hinzufügen. Du siehst hier eben Feldtyp Range Slider. Wir geben einen Feldnamen, eine Feldbezeichnung und hier unten kann ich die Werte wie Minimalwert, Maximalwert und Standardwert und Schrittweite eingeben. Wenn ich das Ganze nun speichere, dann wird das eben wie hier gezeigt im Frontend ausgegeben und ich muss das jetzt selbst als Webdesigner erweitern. Contao liefert hier nur Basisfunktionalitäten. Wenn ich hier weitere Funktionen haben möchte und auch das Styling anpassen möchte, dann muss ich das natürlich manuell im CSS und im Template erledigen. Ich habe das Ganze jetzt um etwas CSS ergänzt und auch um einen JavaScript. Das bedeutet, wenn ich jetzt meinen Slider habe, dann ist dieser optisch optimiert und wenn ich den Slider nach links und rechts bewege, dann wird hier links unten eben die Punktzahl sofort angezeigt. Ihr könnt natürlich das Ganze jetzt noch optimieren und wesentlich verbessern, aber ich wollte dir einfach mal kurz zeigen, was mit diesem neuen Range Slider möglich ist. Der Range Slider steht dir ab Contao 4.9 zur Verfügung. Der Release von Contao 4.9 ist für Mitte Februar in der KW 8 geplant. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wenn du kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke auch auf Abonnieren und am besten aktivierst du auch noch gleich die Glocke, so dass du kein Video mehr von uns verpasst. Okay. Wow. Thanks do I doubt. Bye everybody. Да. Bye everybody. Untertitelung des ZDF, 2020